hallöchen freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge faktorio mit dem benni und den lügenweiß.de hallo hallo ja wir haben jetzt noch mal unsere schaltung testen wollen indem wir die kabellage korrigiert haben und das funktioniert nicht knichnet hat es kaputt gemacht warum verstehe ich nicht ich habe mich jetzt dazu entschlossen wir reißen alles noch mal ab und setzen es nur hin genau wenn was nicht tut wohl gut genau so muss man das alles wieder hin und hier möchten wir wenn b1 ist das sind die ganze kabellagen hier wieder entwirren aber das ist mit diesem tollen beton jetzt noch besser die die stromverbindung noch schlechter uran diese verbrauchten uran brennstoff zellen können wir das eigentlich schon wieder aufwerten verwerten haben wir das schon geforscht weiß ich nicht aber wenn du jetzt et drückt dann kannst ja nachgucken was muss man das anders was wäre denn das nuclear aufbereitung nukular haben wir das verbrauchte nein ist das das wieder aufbereitung von kern brennstoff zellen ist erforscht sollte funktionieren was du machst aus einem verbrauchten uran brennstoff zelle machst du drei uran von den dunkelgrünen das macht doch gar keinen sinn die dunkelgrünen braucht doch kein mensch ja noch ein bisschen brauchst du von wenn du munition dafür solltest das mal aus einer fabrik oder ich habe keine fabriken warum haben wir keine fabriken dann können wir doch alles anfordern für was wird zeit wenn ich ein eisenerz aus dem posten schon ja kackt da unten langsam ab dass er mit dem strom wieder los ich teste hier die schaltung noch die irgendwie mich ärgern möchte was können wir aus denen machen blick ist erst nicht das was wir aus dem verbrauchten brennstoff dinge machen können uran stand dann grün und dunkelgrünen uran kannst du ja in einer fabrik oder in was ganz normale montage oder zentrifuge ich weiß es nicht wo ist denn das da unten in einer zentrifuge machst du das ok dann baue ich meine zentrifuge so jetzt noch mal für doofe wir haben hier wenn kleiner 50 dann soll er angehen also wenn wenn a wenn a eins ist Das macht doch alles gar keinen Sinn. Was haben wir denn hier eingestellt? So was liebe ich ja, Sachen die vorher funktioniert haben und dann hast du mal kurz weggeguckt und dann funktioniert es wieder nicht. Mit dem Spruch gucke ich mal schnell zur Seite und gucke ob ich überhaupt aufnehme. Sicher ist sicher. So, du darfst die Verbindung nicht haben. Was aus fünf Stück macht er drei. Na dann. Das ist bestimmt eine sehr spannende Folge für meine Zuschauer. Ja, die sehen dann wenigstens was. Wesley, was machst du gerade? Machst du was spannendes? Geht so. Geht so. Komm zu dir. Wetter blinkern, was da oben fliegt. Ich wollte gerade aliens schlachten gehen. Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich nur? Ich wollte dann den Außenposten da unten bauen. Weil das nächste Eisenerz fällt da anschließend. Wo? Eisen. Eisen kackt ab. Eisenplatten. Komm nicht. Irgendwo sind wir doch schon wieder verbunden. Aliens schlachten. Aliens schlachten. Aliens schlachten. Aliens schlachten. Okay. Mal auf die Karte gucken. Wo ist er denn? Der Wesley. Raketensilo wird geforscht, Leute. Yay. Das geht. Das geht. Jetzt schon? Yes. Krass. Das heißt, bevor wir zu Wesleys Wette kommen. Was war das? Kupfer geht nie aus, oder? Ja, Kupfer geht vor 65 nicht aus. Das heißt, wenn wir es vor 65 noch schaffen, die Rakete zu starten, dann wissen wir gar nicht, ob die Wette überhaupt noch funktioniert. Also ob er jetzt gewonnen hat oder nicht. Ich hab gerade ein riesiges Feld platt gemacht. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Hast du zugeguckt? Ja. Das ist kleiner 20. Dass meine Zuschauer Action haben und ich mich ganz entspannt nach hinten lehnen kann. Das kommt das nächste. Region Maior gleich frei. 2. Da steigt sich weiter. Hast du irgendwelche Schilde drin oder so? Hast du irgendwelche Schilde drin oder so? Schilde hab ich auch 2. Ja. 2M3. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gemein bin, dann… Ja, auf's damit. Weiß was du willst. Dein Roboter… Die Roboterangabe habe ich raus. Ah, okay. Ich wollte gerade die Mauern abbauen lassen. Ah, das geht glaube ich eh nicht. Wääh. Hab ich da unten den Schalter schon abgebaut, ja. Jetzt mal gucken auf der Karte. Aber wir könnten nach links noch ein bisschen forschen. Vielleicht können wir das ja komplett alles einnehmen. Jo. Komplette Basemarkschwind weggemacht. Rennt da einmal durch. Wie viel hast du gesagt hast du da drin? Besley? 20. Ah, okay. Oh, eins steht unten noch. Was? A und B. Eins sind nicht mehr. Warte, warte mal. Muss ich mal nochmal. 10, 10, 16, 23. Ja, da steht ein Tor mitten in der Wildnis, recht neben dir. Das heißt die Verteidiger Kapseln sind eigentlich nicht notwendig. Ne. Ne, mit so dieser Power Armor nicht. Das geht ja nur mit der, ne. Ja. Weil ich da so viel reinkriege. Dann kriegst du ein Faktorissimo in dein Amor rein. Ja, sicher. Sicher, sagt er. Das heißt da dann Nucular Kraftwerk rein. Dann brauchst du keinen Fusionsreaktor mehr. Ja. Au. Wie war das, ähm, Faktorissimo abbauen während jemand drin ist? Jawohl, rennt da einfach durch. Also dieser Schalter funktioniert nicht. Der hat mal funktioniert, jetzt nicht mehr. Ich verstehe ihn nicht. Ich möchte jetzt nicht noch eine Folge damit verbringen. Doch. Um ehrlich zu sein. Ja, was mache ich jetzt eigentlich? Oh, wie weiß ein Evolutionszeichen wird. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit in Westlade zugucken. Ja, dann machst du genau das Richtige. Ach. Warum nimmst du dann nicht auf? Ach. Genau. Oh, mein Hack ist bei der. Oh, meine Batterie. Oh. Hast du ein Apfel-Phone oder ein Roboter-Phone oder? Apfel-Roboter-Phone? Hast du ein Apple oder ein Android? Nein. Ein Windows-Phone? Meinte mein Akku von Power-Armor. Ach so. Wenn der leer ist, dann bin ich tot. Was brauchst du hier? Der ist. Test. Er ist noch so zu ungefähr 20 Prozent. Little Red, oder? Ja, jetzt muss ich mal wieder langsam aufhören. Den wieder laden lassen. Das ist echt viel Energie. Oh, Junge. So, also du nicht nett. Was brauchst du hier? Das... Das... Ich versuche rauszukriegen, warum die Schaltung nicht funktioniert. Weißt du, dass die andere verbunden sind da noch? Und so? Ja, grad dabei. Ich schrei mich an. Schrei mich an. Du weißt ja, was du noch nerven möchtest. Es geht da noch lang. Und so. Drück die Tee. Oh, Raketen. Das sind wir da nicht. Sorry. Ich baue kurz ein Raketen. Eiskalt. Warte, ich mach mal schnell fertig. Hau mal ne Rakete weg. Mach mal schnell. Jetzt haben wir noch gar keine MK4-Rüstung, ne? Was gibt die auch? Die können wir erst mit dem weißen Fläschchen. Können wir erst mit was? Mit dem weißen Fläschchen. Weiße Fläschchen. Das klingt auch interessant. Wesley, mach mal weiße Fläschchen. Dafür müssen wir ne Rakete starten. Oh, ich bin manchmal auch doof, ne? Kann sein. Äh, manchmal? Vielleicht. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein, dass ich so doof bin? Alter, wie langsam entladen sich denn diese Akkus? Das ist ja das Problem, dass die halt, wenn die, wenn die, die können ja bloß eine gewisse Menge abgeben. Und wenn die dann eben, du verstehst? Ja, aber hier unten ist auch noch Strom dran. So, jetzt müsste... Trotzdem können die, die brauchen ja eine halbe Minute oder so, bis die leer sind, weil die nicht mehr abgeben können. Ja, ne. Wir haben hier einen Strommast, der verteilt das noch. Wie fahren das? So. Jetzt müsste es... Warum nicht? Kriegt ihr noch Strom her? Ja, ist ja überhaupt ein Verbraucher dran. Ja klar, die ganze Bs. Ach ne, ist ja zu. Die hängt doch nicht am Akku dran, oder? Stimmt. Naja, am Akku hängt nicht die Base dran. Hängt kein Verbraucher dran. So. Und? Jetzt geht's doch. Jetzt zähle. Du musst die Base quasi an die Akkus mit dranhängen, dass die mit leer gesogen werden. Ähm, ja, das ist auch der Fall. Ich hatte es nur gerade halt falsch angeschlossen. Aber dann ist die Frage, wie machst du das, dass nicht durch die Akkus quasi die ganze Base weiterläuft? Das sollen sie ja. Ach so, stimmt. Genau. Die ganze Base muss quasi durch die Akkus versorgt werden. Shift-Rechts-Klick. So, jetzt muss ich mir davon erstmal eine Blaupause machen, weil das ist jetzt die Schaltung, wie wir sie haben wollen. Fertig. Dann reißen wir das kurz ab. Kümmern uns um die Neuverkabelung. Genau. Kannst ja hier vielleicht ein bisschen mittiger rein machen. Ja. Wo ich gerade stehe. Zack. Ja, ist ja gut. Dass wir nicht in Gefahr laufen. Oder? Angriff. Ist der hier schon am, am C dann? Angriff. Ja, warte, warte, warte. Ach die Scheiße. Oho, die brechen durch, gell? Ja, weil kein Strom da war, ne? Angriff. Wessle, kannst du da hinlaufen? Kannst du mal klären? So, wer bricht? Wo bricht? Die Wessle-Schmelze? Nein! Sind die drin? Warte, mach die Strom an. Wo sind die? Oh nein, die ist zerstört. War der Strom so lange weg, oder was? Hallo? Kann ich hier nicht machen? Benny regelt. Such den Schalter ein bisschen weiter rein. Wo kamen die denn her? Ja, was ist das für ein Gebirge? Benny, guck mal an bei mir. Oh, Hilfe, ich werde angegriffen. Komm hier, Fließbänder hier liegen. Ach, ich dachte du flogst mit'n Hubschrauber, weil du so schnell warst. Oh, Mann ey. Oh, wir wollten hier mal ne Eisenbase bauen, oder wie war das? Hab ich gerade hingeklatscht. Ach so, okay. Hä? Copy-Paste. Ne, ich hatte noch ne blaue Pose von einem anderen Spielstab. Warst du nun als fremde Spielstände hier mit rein? Mein eigenes. Mein eigenem Spielstab. Also nicht ganz fremd. Da hatte ich das, und da hab ich das auch schon mit dem Greifer alles. Also die Base ist da unten schon komplett. Ne, da fiel mir ein paar Filme, glaub ich. Wieso darf ich eigentlich solche Sachen nicht mit den Robys abbauen? Weiß ich nicht. Was sind denn solche Sachen? Was für Sachen? Sachen machen. Ja, die Sachen, die halt von den... Von den, äh... Ja, du weißt schon. Du weißt schon wer. Hm? Geh wieder. Geh wieder. Geh wieder. Draußen ist ge wieder. Geh wieder. So, speichern. Das ist absoluter Quatsch. Ich glaube aus dem Speichern. Du willst hier einfach grad nach rechts fahren, nehm ich an. Das ist reiht. Ja, ich hab Schienen an Bord. Ja, ich hab auch einen Bord. Ja, ich hab auch einen Bord. So, Akku frisst leer. Frisst leer. Und... Springt ein. Wieder nicht. Toll. Ihr habt's eben gesehen. Eben hat's noch funktioniert. So, jetzt hier schnell so eine Kreuzung hin. Hast du ne Blaupause von der? Oh, warte mal. Sind die überhaupt richtig miteinander verbunden? Was? Alter, mir zieht's jetzt hier grad richtig den Akku leer. Wenn das größer 50 ist? Genau. Sind die... Warte mal, hier geht's einmal... Die fahren dann einmal hier durch, oder? Können ja hier nicht geradeaus durch, oder? Müssen sie ja auch nicht. Sollen ja... Die sollen ja dahin. Also stimmt, ist ja eben das Eisen-AP. Mein Strom hat das Ding hier auch, okay. Da hab ich keine Zug-Signale mehr. Oh, wie nenne ich das Eisen ab 2, oder? Ja. Ist das erst das zweite? Ja, dann... 2. Also die Eisen-AP. Ach, man. Das heißt, wir brauchen noch einen Zug, oder? Ja, da fehlt noch Omega Drills. Warte mal. Zug brauchen wir Omega Drills. Den Zug kann ich jetzt so nicht auf Tasche bauen. Warte. Das ist eine Votoreinheit. Gestalträger. Ne, wie heißt das Ding? Lokomotiv, oder? Was? Lokomotiv. Das Ding heißt Lokomotiv. Äh... Eine kann nicht bauen. Ja, wir brauchen zwei. Ja, wir brauchen zwei. Ja, wir gehen eh zu besseren. Wir brauchen noch sechs Omega Drills. Und ich glaube, die automatisier ich. Züge auch. Haben wir nicht verbesserte Lokomotiven? Wollten wir die nicht forschen? So, nachdem wir jetzt schon wieder Überlänge-Folge haben Überlänge, was? Tschüss Tschüss Ja, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, Freunde Ja, genau, ich sehe hier gerade hier ist noch ein Wesley, sein Herz vergnicht Genau Also gut, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tschüss